So, Geld, 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 ähm, was müssen wir jetzt hier machen? Achso, ein Boot suchen. Stimmt ja, wo war denn das? Ja, ich glaub irgendwo, nee, mussten wir nicht einen Motor suchen. Ich setze dich frei! Das Spiel ist schon überfordert, wenn wir eine Tür einbauen, die sich nicht bewegen lässt. Bei beweglichen Türen, was denn das? Braucht doch kein Mensch. Nein. Oh, ist denn das Nahrungsmittel? Ja. Das ist, ah, 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 da ist ein Zerbummer. Der Bummer. Zerbummer. Der, der boomt gleich. Jetzt wird er nicht mehr boomen. Alter. Hast du ihn kaputt geboomt? Ja, ich hab ihn kaputt geboomt. Ist hier noch irgendwas Wichtiges, ne? Nope. So, da ist das komische Boot. So viel weiß ich noch. Neue Anfänge. Ja, so heißt die Quest. Das Boot. So, und da drüben ist ein dicker. Oh, das ist in Ordnung, aber, oh nein, der Motor fehlt. Haha, du darfst ihn steppen. Ich, ich schlepp den nicht, ich muss den ein bisschen rüber schleppen, ja. Dann schlepp ich ihn halt. Jetzt geh mal weg da, du dickes Kind. Höh. Höh. Und den schwulen Motor holen. Das sind doch die Quests, die wir so lieben. Irgendwo hinlaufen, irgendwas herbringen, irgendwas suchen. Irgendwas töten. Irgendwen retten. Das ist so einfallsreich. Wenn ich mal so drüber nachdenke. Geil im Sprung geworfen, ey. Hier ist ein Herzabumer. Oh, da hinten. Guck mal. Warte, ich werfe da jetzt mal so ne Mine rein. Oder so ne... Komm mal her. Aber leise, ja. Also hier ist ne Schallimpulsgranate und da kommen Zombies. Ui. Oh. Die hat jetzt nur den erwischt, aber immerhin ist es sein Gehirn explodiert. Oh nein, die hat ne Axt. Ey, so ein... Ey, mein Beil. Die hatte, ja, die hatte so ein komisches Fleisch, ja. Ja, aber... Komisch, dass da keins droppt, der im Arsch. Da hoch. Ich möchte hoch. Drecks spielen. Dann geh da hoch. Ich verteidige dich mit meinem... Sexy Arsch und meinem Leben und so. Ah. Weg. Da geht's rein. Ja, ich komm gleich. Oder kannst du dafür die Tür aufmachen? Ist viel einfacher. Da ist doch keine Tür. Da ist nur ein Zombie. Hier ist ne Tür. Hier ist ein Tor. Da wo ich bin. Lass mich rein. Ey, der tötet mich. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Lass mich rein. Jetzt liegst du am Boden. Mein Gott. Steh auf. Ja, warte. Steh doch auf, man. Jetzt mach hier das Tor auf. Kann ich dafür, wenn der Zombie mich nervt? Jetzt mach einfach das Tor auf, verdammt. Ja, okay. Es war ein Schläger. Es war ein Schläger. Ja, klar ist das ein Schläger. Oh mein Gott, ey. Pfff. Warte. Ich heil mich. Ich heil mich. Warum kann ich mich nicht? Okay, warte. Wo ist die Tür? Ich kleppe jetzt schon übers Dach. Komm einfach oben rein. Das passt schon. Ah, Malatow. Malatow is incoming. Oh, scheiße. Guck mal, hier, das Tor meinte ich. Jo. Ah, ah, ah. So. Boah, aber, aber. Ey, hier liegt ein Bauplan. Stacheldraht. Wo? Haben wir. Stacheldraht kann ich glaub auf meine Sachen auch ab und an drauf bauen. Achtung, hinter dir, hinter dir. Ja, der soll nicht nerven. Guck mal, was ich jetzt mache. Warte mal. Ah, scheiße, hab ich gar nicht mehr. Ja, danke. Das hört mich an, du. Ah. Ah. Pfff. Oh, wie Damage ich dem gebe. Oh. Oh, der steht ja immer noch mal. Alter, ich box den, weil ich keine Waffen mehr habe. Ja, und ich geb dem kein Damage, weil ich auf Wucht gehe. Du hast ne Milch. Ja, tipp's einfach mal auf. Ist das meins? Das war ein Messer. Ah, ja, ja, ist klar. Oh, hier ist der fette Motor, ey. Ich hab, ich kann sagen, ich hab den, oh, da war ein Golfschläger drin. Das war deiner. Hat wahrscheinlich eh kein Damage gemacht. Warte. Das war ein schwacher Golfschläger, der macht bei mir 220. Ja, viel Spaß damit. Ja, wie kann ich den, ich kann den Motor nicht wegwerfen. Ja, ja, klick einfach. Kannst den noch werfen, oder? Nee. Echt nicht. Nee, ich muss ihn jetzt behalten. Ich muss ihn jetzt beschützen. Oh, du Lapp. Level up. Boah, ich bin neul. Ich könnte mal wieder Punkte vergeben. Ach, schwule Wasserleichnis. Bleib doch mal liegen, ich hab dir doch nix getan. Ah, ich kann ja nicht springen und da oben kommen. Ah, ich schlepp jetzt auch was. Jetzt geht's los. Oh, daneben. Scheiße. Oh, da ist n... selbst immer noch. Ja, jetzt hab ich mein Messer darunter geschmissen. Das war natürlich nicht so schlau. Das muss ich jetzt holen. Stirb! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Hier oben sind zwei Zombies und keiner beschützt mich. Ja. Hier unten ist auch was los. Ein bisschen... Ich komm hoch. Das Spiel lässt mich halt nicht so schnell laufen. Oh, der lebt noch. Ich wollte den eigentlich nur da runterkicken mit seinem fetten Arsch, aber der lebt ja noch. Hier oben ist noch einer. In der Ecke da. Der lebt. Der lebt. Der lebt. Matsch! Die uns hier einfach runterspringen. Hallo. Der lebt. Der lebt. Der lebt. Also wie du läufst. Ja, normal. Du bist ja voll das Muskelpaket und dann... dann läufst du da so mega langsam. Obwohl du vielleicht grad vom Zombie zerfleischt wirst, oder naja. Boah, den da drüben will ich jetzt platt machen irgendwie. Ich weiß nicht, der sehn ich mich gerade noch. Hm, das kann ich nur noch skillen hier. Oh, ich werde angegriffen, oder? Da kommt mir das nicht so vor. Ich bin grad am skillen. Oh. Ja, mach den mal kaputt hier. Äh, was ist denn das? Boomer kommt. Hm. Hm. Oh, die Schoss ist aber nicht sehr groß. Ja, geil. Oh, hier ist ne Kiste. Was für mich. Ja, heb's doch. Oh ne. Oh, doch geht's. So, Boomer. Kannst gar nix kannst du. Oh nein, es ist dick und hässlich. Und es kotzt mich an. Warte mal. Lass mich durch. Aaaaah. Ich hab ja leider noch nicht, dass ich... Oder kann ich das überhaupt? Warte mal. Oder war das beim Logan? Wie kann ich denn eigentlich den Gruppeneffekt anmachen? Was geht das für Bewegungsgeschwindigkeit? Ne, ich glaub ich aktiviere den damit, oder? Oder wie mache ich den denn an? Verwirrt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also beim Logan konnte ich das, aber ich weiß nicht, wie das bei mir hier geht. Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, wo ist das? Puh. Ich hab bis jetzt zu Zambi gespielt, also. Maximalgesundheit. Bewegungsgeschwindigkeit ist auch geil. Ich geh jetzt erstmal auf Raserei. Das ist cool. So, cool. Dann bin ich öfter geworden. Geil. So. Es gibt das erste Mal. Alter ist der hässlich und dick. Oh, das stinkt. Mach ich es kaputt. Mach ich es kaputt. Was hat er dabei? Oh, strafender Holzenpöppel. Ein strafender Holzenpöppel. Geil, ey. Mal hier irgendwas. Jetzt kommt wieder die Jump'n'Runner in Lage, ey. Sollen wir da reingehen? Müssen wir ja eigentlich gar nicht. Max, du lagst. Oh. Ja, okay, dann... Kann ich auch. Geht wieder. Kann ich auch. Ja, GG. Wir haben es beide geschafft. Das ist gut. So, jetzt nochmal. So. Alles klar. Jetzt hier rüber. Äh. Wett nicht voll vom Haus. Achso, ja, stimmt. Jetzt hätte ich eigentlich meine Mine benutzen können. Hab ich noch irgendwas dabei? Was zum Werfen oder so? Molli. Schön. The Burning Man. Musste sein. Ich glaube, da lebt nix mehr. Doch. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Messer für mich. Leiche. Geld. Oh, der Grund ist aber noch ein Dicker. Die Gulde. Oh Gott, oh Gott, er explodiert. Der dir. Oh. Irgendwie bin ich nicht zu tot rausgekommen. F. F. Achso, das ist ein Schläger. Aua. Voll der Kampfschrei. F. Lass mich doch in Ruhe, du Arsch. Jetzt bin ich wieder tot. Kann ich dir nicht helfen. Ja, mal. Hier ist ne hinfällige Axt. Halt's Maul. Arsch. Oh, Bastard. Komm von hinten. Und dreht den rein. Oh. Ah, 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 ah. Er dreht sich um. Oh man. Ah, ich hab mein Messer, aber ich boxe ihn erstmal tot. Genau. Oh, hier kann man, glaub ich, dann... Was muss man hier dann machen? Was war denn hier nochmal? Schlagring. Oha, nicht schlecht. Bauplan. Metallschreibst. Tagebuch. Nein, nein, nein. Oh nein, scheiße, ich lern's nie. Reißklauen-Mod. Ich sage, diese Finition ist aus Kontrollen und spritzend von Skarland. Oh, eine Familie, die Indos. Oh, Halt's Maul. Bitte. So, reparieren, 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 reparieren. Was kann ich hier was? Reißklauen-Mod. Ja, auf den Schlagring. Geil. Ich kann so viel von meinen Waffen modifizieren. Das ist geil. Was kosten das eigentlich? Klingen, Bolzen, Metallschrott. Egal, dann kann ich... Habe ich so einen Reißklauen-Schlag. Ich blitz die eh nicht. Boah, wie der labert, ey. Vielleicht bei mir labert gar niemand. Was labert der für'n Scheiß? Ich hab kein Medikit mehr. Ich hab' ich ja nicht mehr, ich hab' doch noch ne Menge. Oder? Fünf große Medikets und ein mittleres hab' ich. Also das reicht erst mal. Boah, ist der Boot gefahren. Oh, da liegt ein Zombie auf mir drauf, oder? Oh, ja. Nicht nur einer. Oh, ich boxe. Scheiße, irgendwie hab' ich... Ach, ich hab'n Schlagring ausgerüstet. War geil. Ja, eigentlich nicht geil, aber... Na ja. Aber, woher müssen wir überhaupt? Ich weiß nicht. Also wir können hier mal kurz in die... Wir müssen... Wir müssen erst 100... Wir müssen nur 140 Meter weit. Müssen wir hier in die Höhle rein? Eigentlich nicht, ne. Ich würd' sagen, wir fahren mit dem Boot davor und dann... Warte, ich markier mir das mal kurz. Nein, dahin. Ja, kriech' auf'm Boot hin und her. Ist doch lustig. Irgendjemand, der mal retten muss. Oh, hier ist so viel los. Party. Ich fahr' grad vollkommen falsch, fällt mir ein Kartoff. Aber ich kann hier nicht drehen. Deswegen sind hier so viele schöne Zombies. Auch da kannst du drehen, hier. An der Palme vorbei. Ich slide. Ja. Ja, man. Oh, ich hab' keinen Ton mehr. Relaxed wieder. Oh. Ja, okay. Ich hab' trotzdem keinen Ton mehr. Nö. Äh. Mano. Ist doch scheiße. Was soll denn der direkt? Äh. So. Aussteigen. Fabio. Ah. Ja. Kannst du bitte mit mir reden? Es ist so still. Ich hör' gar nix mehr. Ja, du leckst auch ein bisschen. Ich muss mich da konzentrieren, um dich zu verstehen. Ach so. Ja, okay, dann. Warte mal. Jetzt geht's grad wieder. Ja. Oh, nee. Äh. Was soll ich denn? Ja, hoi. Jetzt hab' ich keinen Sound mehr. Oh, das ist doch scheiße. Ich hasse diesen Bug. Macht mir das ganze Spiel kaputt. Hm. Hier ist wieder Morgenstern. Ich würd' mal sagen... Weil es so irgendwie überhaupt nicht der Zombieflare rüberkommt, wenn es einfach nur still ist. Muss ich da mal kurz irgendwie das Spiel-Neustart oder so. Mal gucken. Hm. Wohl, wir könnten ja hier jetzt eigentlich auch beenden, weil ich muss jetzt eh bald gehen. Ja, stimmt. Ja, dann gehen wir da hoch zu dem komischen Punkt da und dann hör' mal auf. Machen wir noch kurz hier die Quest weiter. Hier hast du jetzt? Was? Als an Zeit. Keine Ahnung, als ob ich auf die Uhr geschaut hab. Schön. Ach so, hier ist wieder der... Ja, ca. eine Stunde müssten wir jetzt haben. Ordnung. So, hier ist der komische Baum. Vielleicht hab' ich dann eine Zwischensequenz-Ton, das kann sein. Dann hör' ich vielleicht überhaupt irgendwas, ich weiß auch nicht. Ist ja auch egal. Nö. Ist doch für ein Arsch. Naja. Könnte man drüberschwimmen. Ja, mit unserem coolen Boot, ne? Naja, aber theoretisch könnte man das auch schwimmen, denke ich. Ja. Aber... Es gab ja diesen komischen Typen, der ist, ähm... Ähm... Bei... Bei... Beim... Beim... Was suche ich von Bord? Die Mauer. Bei der Mauer, bei der Deutschen. Ist der ja auch vom Osten in den Westen geschwommen. Durchs Meer ewig weit raus, an den ganzen Posten vorbei. Also der ist eine Weile geschwommen, so. Äh... Ja, jetzt sind wir eigentlich mit der Quest fertig. Jetzt müssten wir irgendwie zu dem Halley und mit dem Typen da gehen, der da ist, glaube ich. Ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir ja mal eine Pause. Oh ja. Weil ich hier noch bei der ganzen Stille hier irgendwie ein Wahnsinn kommt. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und so und bla und... Ach egal. Ihr wisst schon. Ja. Soll, jetzt häng ich ja fest. Ja. Na ja. Bis zum nächsten Mal. Der Typ hat noch was. Ja, der hat noch Geld. Ich komm nie zum Aufhören, weil ich immer was find. Ja, lass den Koffer in Ruhe, gehört mir. Ja, okay. Jawohl. Genau, Inselführer. Dann würde ich mal sagen, ihr inseln jetzt ein bisschen. Witz des Tages. Also, ciao. Alter, wie auf dem Busch gerät das. Da muss ich jetzt auch hoch. Geh mal raus. Mal wieder einen Bug gefunden. Alter, jetzt regnet's ne, oder? Naja, bis denn. Tschöööööööööööööoh. Bis zum nächsten Mal.